Hoax. Was ist eigentlich genau ein Hoax? Computerhoaxe sind falsche Warnungen und Fehlinformationen, die beispielsweise per Mail oder über Social Media verbreitet werden. Hoaxe können ganz verschiedene Ziele haben. Das wohl am meisten Verbreitete ist, Fehlinformationen zu streuen und Nutzer zu verunsichern und zu verwirren. Kriminelle versuchen mit diesen Warnungen auch oftmals Geld zu ergaunern, indem sie Lösungen für nicht vorhandene Probleme versprechen und anbieten. Beispiele hierfür sind falsche Virusmeldungen oder Kettenbriefe.